Musik Hey Kai, ich habe noch eine Sache für dich. Und zwar habe ich von deinem tollen Adventskalender gehört, den du uns Leben gerufen hast. Und da habe ich mir einfach gedacht, mit Nicoles Blumenatelier bringe ich mich einfach mal mit ein. Da es bei uns auch gewisse Dinge gibt, die wir auch da gerne verschenken möchten und einfach damit dazu beitragen wollen, würde ich gerne die gewachste Amaryllis in einem so einem Adventskalender-Türchen verpacken. Sehr cool. Wer möchte unter den Gewinnern oder unter dem Gewinner, kann das gerne bei mir im Blumengeschäft am Untermarkt abholen. Ansonsten, wenn es für euch nie möglich ist, können wir das auch gerne verschicken. So eine gewachste Amaryllis ist da wirklich robust. Die packen wir euch schön ein und schicken sie euch nach Hause. Ansonsten würde ich mich auch gerne darüber freuen, wenn er bei mir im Geschäft vorbeikommt und das Geschenk abholt. Absolut. Vielen lieben Dank, Nicole. Und was gibt es schöneres zu Weihnachten oder in der Adventszeit als in der winterlichen? Winterliche, weihnachtlich dekorierte Amaryllis. Das Schöne bei den gewachsenen Amaryllis ist, man braucht sie nicht gießen. Du brauchst nichts machen, einfach nur hinstellen und daran erfreuen. Also das ist auch was Perfektes für Männer, die es jetzt nicht so mit Blumen und Pflanzen haben. Die können sich hinstellen und es wird trotzdem was. Cool. Vielen lieben Dank dafür. Alles klar, sehr gern. Wir sehen uns. Vielen lieben Dank.